Jo Leute, heute mal zu einem Bundesliga Chrome Opening, Sammelmappen-Update und Tauschkarten-Update. Mein erstes auf YouTube. Hier, Bundesliga Chrome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich geh nur bis 8, weil ich denk, das ist 16 Stück. Ja, das stimmt. 8 Päckchen hab ich noch. Ich öffne am Anfang des Videos 2 Stück und am Ende kein Stück. Also, sorry. Aber wenn dann das Sammelmappen-Update kommt. Oh, Verfügbarkeitsliste. So. Einfach anhalten. Da gibt's eh nicht so viel zu lesen. Bei Bundesliga Chrome. Und außerdem denke ich, dass das eigentlich schon wieder weiß. Irgendwie nach gar keiner Paukarte aus. Okay. Bruce Venson. Martin Harnik. Matthias Ginter. Cool. Das müsste ein Star sein, oder? Ja. Sabbles. Husti. Oder Husti. Star. Player. Sebastian Kehl. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Ich hab mir fast in jedem Pack eine Karte zweimal. Egal. Egal. Darüber reg' ich mich jetzt nicht mehr auf. Aber wenn's hier noch mal so ist, dann fänd' ich das wirklich scheiße. Von Tops. Wirklich. Töne, wir haben mal ein Wappen mal wieder. Brauch' ich noch. Ach, glaub' diesmal haben sie's hinbekommen. Er hat da BSC Wappen. Max Meier. Geil. Noch ein Wappen. Hannover 96. Ah, den hab' ich doppelt. Rene Alla Starspieler. Hab' ich doppelt. Wenn ihr wollt, dass ich das auch noch von hinten zeig', sagt's mir. Xadon Shaqiri. Nuri Shahin. Guter. Sehr guter Pull. Also für mich zählt's ja auch als Powerkarte. Vier Powerkarten aus, ähm, zwei Packs. Sehr cool. Sehr nice. Man kann natürlich auch vier Wertvorlache haben. Wenn man direkt, ähm, hier so krumm Gutschein oder krumm SIG. Wenn man dann zwei SIGs hat, oh ey, das wär' mal der Hammer. Wenn das jemand hat, zwei SIGs in einem Opening. Also. Bei zwei Boostern. Also. Ja. Hier ist meine Chrome-Mappe. Magitex steht vorne drauf. Ich hab' die Chrome-Mappe nämlich, ähm, in unserem Handel gesehen. Aber ich find' 20€ viel zu teuer. Die wird sicher eh bald reduziert, weil's eh niemand kauft. Also die haben so viel wie vorher. Im Internet kann man's'n Tick billiger bestellen, aber... Keine Ahnung. Was mir das bringt. Ich hab' ja noch so viele Mappen und es kommen ja auch noch welche. Und die Karten, wo sind denn die jetzt schon wieder? Dort. Zinitze. Wie zu erwarten war. Weisch. Ja, okay. Bisschen sortieren nach Mannschaft. Also das Opening hat mich jetzt sehr gefreut. Das war ziemlich gut. Die Maiferschale. Nicht sehr komplett. Dann haben wir von Augsburg keinen. Da hab' ich auch nicht so viele. Von... Hertha B.C. Berlin hab' ich sehr viele, finde ich. Hab' ich aber auch keinen. Davon ebenfalls nicht. Also von Braunschweig. Von Werder Bremen. Da weiß ich gar nicht, wo's anfängt. Weil ich hab' ja die richtige Sammelmappe nicht. Und ich hab' mein Poster verschlampt. So von Dortmund haben wir aber wieder welche. So. Muss man jetzt natürlich auch ein bisschen nach der Nummer gucken. So. Welche Nummer hat Großkreuz? Großkreuz. 50. Vielleicht haben wir ja irgendwo die 51. Ja, cool. Kehl. Hammer. Ja, dann hab' ich ja doppelt. Scheiße. Und Schahin hab' ich auch schon. Und wenn diese Seite komplett. Und hier eigentlich auch. Ich weiß gar nicht, wie weit's geht. Weil sonst hätte ich Dortmund eigentlich voll. Würde ich jetzt mal sagen. An Frankfurt hab' ich auch nicht so viele. Ähm. Christian Gintner bei Freiburg. Gint. So rum. Gintner gesagt, glaub' ich. Ja, 72, 73. Freiburg-Seite auch voll. Und dann hier noch Hanke einzeln. Die Karte find' ich so richtig schön. Die sieht cool aus. Ich find's cool, wenn manchmal dabei steht, bei welchem Spiel das geschossen wurde, das Foto. So, dann Hamburg-Reniadler. Ist doppelt. Steht zum Tausch. Im Moment noch, bis ich mich da auch bei Stickermanager anmelde. So. Dann. Hier. Husti. Starspieler. 99. Dann müsste das 98 sein. Nein, das ist schon 100. Dann ist Stindl 98. Das find' ich jetzt auch ein bisschen doof. Zwei Starspieler hintereinander. Die hätte man ja auch ein bisschen mit der Nummer verändern können. Aber. Was soll's? Ist jetzt nicht mein Problem. Mh. Meins. Wo ist Venson? Habe ich doppelt. So, dann gehen wir weiter. Gladbach habe ich keinen. Aber jetzt kommt wieder einer, den ich hab. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den schon hab. Shakiri doch, den hab ich schon. Ich find das bei den Chrome-Karten etwas auf, dass es etwas aufwendig ist. Die einzelne hier. So. Zwei Stück habe ich jetzt noch. Und jetzt kommt die erste. Max Meier. Meier? Meier? Keine Ahnung. Wo spielt der? Im Mittelfeld. Dann könnte der hier eigentlich nach Höger kommen. 183. Und der ist? 84. Ja, dann kommt der auch direkt danach. Und Mardin Hornig. Zelle haben wir auch noch. 201. Das ist 200. Also kommt Hornig hier rein. So. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch Wappen. Ich glaub, die fehlen mir beide auch noch. Hier Freiburg. Den hatte ich in meinem Special-Karten-Ordner. Und. Jo. Also ich denk mal, dass HWC Berlin Wappen da oben reinkommt. Ist. Ich guck gleich nochmal bei den Nummern. 2016. 17. Warte. 16. 17. 18. 19. Ja. Passt. Und Hannover ist. 22. 23. Okay. Hannover gehört hier rein. Also ich find die Wappen sehr schön. Besser als bei Magitex. Also da könnten sich die Top- die ich die von Top- selber mal was nochmal. Ja. Selbst auf Schulter klopfen. So schön wie die die gemacht haben. Ich find die Wappen richtig geil. Und alle Chrom-Karten geil. Hammer. Ähm. Oh ja. Habe ich die jetzt gar nicht einsortiert. Ja. Das wird jetzt auch noch ein Tauschkarten-Update. Deshalb kommen jetzt auch meine Tauschkarten noch. So. Da sind jetzt natürlich noch zwei dazugekommen. Ich weiß gar nicht. Doch die sind auch noch Mannschaft sortiert. Eine SICK habe ich nicht mehr. Die habe ich auf Ebay für 100€ verkauft. Aber ich hab noch andere coole Karten. So. Dann fangen wir mal an. Und nachher auch noch die Karten direkt nochmal dazu sortieren. die wir jetzt doppelt gezogen haben. Okay. Jan Moravec. Halil Altintop. Sebastian Langkamp. Nochmal Langkamp. Nochmal. Lustenberger. Neven Supotic. Marcel Schmelzer. Nuri Sahin. Da machen wir jetzt gerade den doppelten Sahin auch noch dazu. Und jetzt müsste der eigentlich kommen. Oder 51. Nein. Kiel kommt vor Sahin. Das finde ich aber ein bisschen doof, dass die Nummern hinten drauf stehen. Dann Mkhitaryan. Sven Bender. Lewandowski. Habe ich zweimal. Schweigler. Eins, zwei, drei mal doppelt. Dann. Hä? Ja, doch. Und Freiburg. Schuster Starspieler. Der ist glaube ich sogar noch, der ist von meinem ähm Signiertkarten opening. Also der war mit der SIG in einem Pack drin. Coole Karte. Wirklich. Hammer. Jetzt kommt die nachher auch noch in mein Collector's Album. Ich hoffe zumindest, dass es die war. Heiko Westermann. Heiko Westermann. Marcel Jansen. Hülle. Hülle. Hier. Da haben wir Adler. Der ist auch noch bei den Doppelten dabei. So. Dann machen wir weiter. Mit Modeste. Lino. Toprak. Svahic. Oder Svahic. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Es könnte Svahic sein, aber auch Svahic oder so. Ich denke, dass man das, also in solchen Ländern sprechen wir das eher so aus. Dann Hilbert. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann Rolfes Starspieler. Shobo Moteng Starspieler. Raphael Starspieler. Manuel Neuer. Boateng. 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 Groß. Und nochmal groß. Und dann eine coole Karte. Schweinsteiger Starspieler. Mario Goethe. Arjen Robben. Nochmal Arjen Robben. Mike Franz haben wir hier. Okay. German Jones. Schon wieder. Jones. Dann Jefferson Farfan. Sven Ulreich. Nochmal Ulreich. Niedermeyer. Tim Klose. Robin Knoche. Wieser Knoche. Ferinja. Und Ferinja. Ne, der ist nicht abgenutzt. Dann doppelte Wappen. Nein. Die, die ich jetzt nicht einsortiert habe. Weil es mir jetzt echt... Ich habe mir das gerade noch überlegt, dass es mir zu doof ist. Das sind Shakiri. Und Svensson. Und dann haben wir Dortmund Wappen. Hamburg Wappen. Mein soll fünf Wappen. Aber das waren jetzt alles meine Tauschkarten. Jetzt kommen wir zu einem wertvolleren. Einmal. Also durch mein Display. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich jetzt, als ich es gezogen habe, nicht vorgelesen. Deshalb mache ich das jetzt. Du hältst einen Gutschein für eine Memorabienkarte mit einem Stück eines original getragenen Spieltrikots von Bundesliga Chrome von Topps in deinen Händen. Bitte sende diesen Gutschein mit Angaben deiner Adresse an unser Büro in Frankfurt. Ich habe den ersten Jahr schon eingeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt einschicken will. Hm. Muss ich nachher nochmal mit mir selbst ein bisschen bereden. Dann Topps-Adresse in Frankfurt. Könnte man eigentlich mal hinfahren. Nein. Topps will dir deine Trikotkarte unversichert zusenden. Solltest du einen Versand als Einschreiben wünschen, leg bitte einen als Einschreiben freitig gemachten Rückumschlag bei. Das mache ich nicht mehr. Das habe ich bei der ersten Karte gemacht. Das hat aber 11 Euro irgendwas gekostet und deshalb mache ich das nicht mehr. Es wird bei Zufall ausgelost, welche Karte du erhältst. Ich habe das letzte Mal gefragt, ob ich die Karte kriegen kann und jetzt habe ich sie bekommen. Bei Fragen kontaktiere uns telefonisch unter Telefonnummer, E-Mail an kontakt.topsfußball.de. Ja. Hier Topps Bundesliga Chrome. Gutschein für eine Memorabilienkarte mit einem Stück eines original getragenen Trikots. Ich fände es auch mal geil, wenn man dann die Trikotkarten, hier meine Trikotkarte, Christian Steinsteiger. Cool. Ich habe mir auch mal überlegt, wenn man dann ein Stück von unterm Achsel hat, ob das dann stinkt oder nicht. Ja, 395 von 400. Das lese ich jetzt nicht mehr vor. Man könnte ja eigentlich auch so machen, dass man dann die Jerseykarten oder Memorabilienkarte, dass man die dann so macht, als wäre da Merckkarten drin. Man kann es aber nicht verschieben, dass sie aber auch nicht so leicht gegen Welt wäre. Finde ich auch sehr cool. Und dann könnte man hier einen richtigen Pack ziehen. So. Also das war jetzt meine Ansprache. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Jigibau. Ciao.